Hallo, ich bin Tina Züger und ich fahre heute am HC-Rennen bei der Bike Revolution in Chur. Mein Ziel ist, alles zu geben. Ich hoffe auf gute Wege. Es wäre cool, wenn es ein paar Punkte für die Weltrangliste gibt. Die Weltrangliste gibt, die Weltrangliste gibt. SPANNENDE MUZIEK Untertitelung des ZDF, 2020